hallo zusammen und herzlich willkommen zu seven days to die dem survival horde crafting game es hat ein bisschen gedauert bis ich hier mit dem let's play beginnen konnte ich habe nämlich irgendwie den einstieg beim spiel verpasst von der kickstarter kampagne hatte ich nicht wirklich was mitbekommen und als die ersten videos auf youtube erschienen sind war ich auch nicht irgendwie überzeugt und habe mir das nicht genauer angeguckt weil ich von der grafik abgeschreckt war und umso mehr videos videos ich mir auf youtube angeschaut habe auch von anderen let's playern da muss ich sagen war ich immer mehr überzeugt wollte spiel kaufen und ja da war die die kauf sektion auf der offiziellen webseite seven days to die punkt kommen war dann irgendwie dauern war nicht mehr möglich weil die entwickler nicht weiter nachgekommen sind die keys raus zu schicken an die ganzen vorbesteller und heute morgen wir haben heute den zwanzigsten es ist dienstag der zwanzigste achte heute morgen um 9 war es dann endlich soweit und man konnte das spiel wieder kaufen 35 dollar sind ungefähr 27 euro das ist relativ viel für eine alpha finde ich also minecraft war ja so bei 15 euro und cube welt bei ungefähr 17 müsste es gewesen sein und das war auch der grund warum ich mich da am anfang nicht mehr damit beschäftigt habe und wie gesagt umso mehr videos umso angefixt da war ich und ja jetzt ist endlich soweit 27 euro viel geld aber ich finde das was ich gesehen habe lohnt sich jetzt hoffe ich mal dass sich das auch im spiel umsetzen lässt das spiel kann man auf deutsch spielen wie ihr seht und das werde ich auch tun ich hoffe die deutsche übersetzung taugt etwas das liegt nicht daran dass ich kein englisch kann aber ich denke für ein deutsches let's play ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht das ganze in deutsch zu spielen dann versteht ihr ein bisschen mehr auch wenn das wahrscheinlich hier gar nicht notwendig ist für die barbe griffe ja kleiner tipp vorweg ich habe das von mal ausprobiert einmal von den audiogeräuschen die sind sehr laut also das habe ich alles relativ runter gedreht ihr könnt hier unter spieler könnt ihr einmal euren charakter wählen einmal hier eine tussi mit angegelten haaren brauner weste blauer weste bauch und hoffentlich nicht hirn frei und hier den typen mit angegelten haaren einmal mit rotem hemd braune jacke und gelben hemd schwarz jacke und ihr könnt es hier unten auf deutsch stellen es gibt hier noch englisch französisch spanisch also ein paar sprachen die so typisch in spielen vorhanden sind wir spielen es auf deutsch netzwerk da könnt ihr den netzwerk port festlegen das ist der port 25.000 denn das spiel beinhaltet auch ein multiplayer und ich denke das macht am meisten spaß und das werde ich mir auch künftig angucken noch ein tipp zur grafik ich habe bei den ersten testaufnahmen habe ich gemerkt dass es stottert obwohl er mir über 60 frames anzeigt und auch mit 30 frames aufnimmt die historie trennt das ja das lag nach dem ersten ermessen hier an der schattendistanz die habe ich jetzt auf low gestellt gleiche frames aber es ruckelt nicht mehr so stark wie es am anfang der fall war ja ansonsten genügend gelabert lasst uns das spiel anschauen wir sagen ein neues spiel let's play habe ich schon genannt die welt ist derzeit die neves gain zone das ist keine welt die dynamisch generiert wird wie man es von minecraft oder auch cube world kennt sondern eine feste karte da soll noch neues kommen und man soll angeblich auch welten generieren können das sieht man hier irgendwo erzeuge welt dann kommt die meldung das wird erst in der nächsten version verfügbar sein gut neues spiel let's play start in dem schönen ladebildschirm sieht man was in der alpha 2 kommen wird wall climbing enemies gegner die die wand hochkrabbeln new flying enemies fliegen die gegner more unique locations also mehr gebiete oder zonen quatsch location sind ja punkte an dem man ein besonderes gebäude oder sowas hat block melting womit was ein womit ist weiß ich genau auf jeden fall scheinen sie die blöcke aufzulösen besserer multiplayer support habe ich noch gar nicht ausprobiert wird aber kommen noch mehr rezepte und noch mehr waffen wir drücken enter und wir haben streckt das knurren auf den ohren guten tag da ja mit schiff kann man rennen wie es vielleicht in anderen let's play schon gesehen hat am tag sind die zombies relativ langsam versuch mal ein bisschen abstand zu gewinnen da ist nichts drin ich würde nämlich gerne ein bisschen holz hacken wenn ihr in der leiste und nichts ausgewählt habt habt da automatisch die faust da könnt ihr in kaktus schlagen und der kaktus löst sich komplett auf die geräusche sind echt übel und relativ laut jetzt hacken wir erstmal ein bisschen holz das kennt ihr aus minecraft mit der faust bam chuck norris faust ab in den baum und jetzt sieht man langsam hier die cracks diese diese risse im baum und gleich baum fällt ja sowas braucht bei minecraft ein plug-in mit das möglich ist da gibt es für leicht stottern tut es immer noch aber was soll es was ist das hier ist das metall ach so moment aua 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 ne es geht wohl nicht kaputt lass mal das kann man das mitnehmen nein und noch ein baum damit erstmal ein bisschen holz tag 1 9 uhr 18 gerade oben links ja respawn merke wenn baum fällt nicht drunter stehen verdammt scheiß physik engine ist ja super starten ja da sind wir gestorben okay wir müssen also rechtzeitig weg wenn der baum runter kommt war schon ein guter einstieg das habe ich noch in keinem video gesehen aber rechtzeitig weg da bin ich meinem stuhl erstmal zurückgerutscht collect burnt also so viel zur deutsche übersetzung ich glaube die deutsche übersetzung was machen die da vorne party so lange sie mich in ruhe lassen und 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 zwar mit der faust bevor ich wieder erschlagen werde so oder kommt jemand die zombies sind am tag ja noch relativ langsam das ist auch gut so dann kann man sich nicht erst mal um sachen kümmern material und den baum und nimm du bist du dreckiger baum ja sehr schön so man hat von anfang an eine karte wir sind hier mittendrin ich würde gerne naja aber wir gehen hier mal die route 73 gehen wir mal hoch ich würde sagen wir laufen einfach hier gerade aus bis wir auf die straße und dann gehen wir über die nächste richtung nordwesten man sieht das ein bisschen schwierig finde ich unten links der kompass die himmels richtung könnte ein bisschen deutlicher sein übrigens von anfang an und das war auch mit ein ding was mich in den ersten videos total dachte ich was sind das für farben und links die farben für die ausdauer für was ist essen das grüne das rote ist die gesundheit und das blaue ist zu trinken das erinnere mich hier an senso oder wie ist das damals kennt ihr das noch wo einzelne farben kommen dann macht er was ich rot dann musst du rot drücken rot grün rot grün wo man sich praktisch reihenfolge merken muss ich weiß nicht wie es heißt hieß das nicht senso senseo hieß es nicht das ist schon lange her immer in den 70ern gab es das dass ich das kenne da merkt ihr daran wie alt ich bin oh ein auto an autos sollte man gehen dort gibt es nämlich was sind das eine radkappe und papier naja wir nehmen alles mit ich habe mich in manchen videos immer aufgeregt dass die leute so speziell schauen was in den autos sind und sich nur das wichtige mitnehmen und ich habe mir geschworen wenn ich das spiel mit spiele dann werde ich auf jeden fall alles mitnehmen was ich irgendwie looten lässt man kann ja später noch aus den taschen rauswerfen was man nicht gebraucht gebrauchen kann deutsch haben gut heute diese ist das ein klo ja da war schon manch einer drauf und wahrscheinlich auch irgendein verwester zombie boah diese ruckler ich weiß nicht was das ist also vielleicht waren es doch nicht die schatten oh ein ortsschild nebisgain national forest naja das hat sich wohl erledigt nicht nur die menschen sind tot auch die bäume oh ein herd und eine ruine und ofen auf was ist hier jar glass jar was ist jar das kann ich jetzt nicht übersetzen ah Tür geht auf das ist praktisch dass wir auch rauskommen ne oh Moment wieder zu ups Entschuldigung wovon noch jemand einbricht Matratze oh ne was ist das ne Holzplatte ach schade ich würde aber gern noch ein bisschen Holz abbauen weil das ist glaube ich essentiell hier in dem Spiel dass man sich oh zurück kaum fällt boah da kommt aber einiges runter Junge okay das ist schon mal die erste Gemeinschaft äh Gemeinsamkeit mit Minecraft 64er Stacks wie ihr unten links seht wir bauen noch ein bisschen ab okay die deutsche Übersetzung bei dem Spiel beschränkt sich anscheinend so beschränkt sich anscheinend ich gehe mir unwillkürlich vom Mikrofon weg wenn ich wenn so ein Baum fällt es hat mich schon verstreckt den Tod kann man auch einen Stein zerkloppen au aua 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 und crack der Slash mhm das scheint nur meine Hand zu beeindrucken okay das nicht okay das auch nicht aua aua wieder ein vollgeschissenes Klo wo kommt das her aus der Richtung ich nehme mal einen Baum mit Holz kann man nie genügend haben das war in Minecraft schon so wir haben schon 13 Uhr die Zeit geht aber so schnell rum wo wo kommt das her Alter ist mir das Herz in die Hose gerutscht Mama Mia wenn man einmal absetzt ist es wohl wie in Minecraft da merkt er sich nicht den Zerstörungsgrad da vorne geht ja die Party ab irgend noch einen langen Baum ich glaube die sind alle gleich lang ne der sieht ein bisschen länger aus man muss auch warten bis die glaube ich die die Stamina hier unten links das blaue wo der Jogger abgebildet ist das blaue Balken wenn die hoch ist dann kann man einmal rennen und wahrscheinlich auch schlagen ja genau die wird mich mit abgebaut deswegen hat das eben auch so lange gedauert bis ich den Baum klein geklopft habe was geht da vorne ab unwillkürlich rechte Maustast um ranzusumen 14 Uhr 15 ich glaube es wird Zeit dass ich in die Stadt komme damit ich die Nacht überleben kann uiuiui so nehmen wir noch einen Baum mit den hier noch den kleinen und mit der Handkante und schön wie im wahren Leben achso falsche Taster so mit i geht's Inventar auf ich würde nur sagen ich packe ein bisschen Holz hier mal rein den können wir ja da lassen gucken wir mal in das Auto hier Scrap Metal Benzin Niedermetall was ist da drin was die da wollen komm wir gehen mal hoch wir können ja flüchten hallo wo sind die hin Sofa Teile nehmen wir uns ein Sofa mit ein ganzes Bett packen wir ein schnell hier raus bevor wir festhängen oh Mist boah das ist laut man erschreckt sich wirklich alter Vater ich habe immer diesen Fluchtgedanken her oh da oh Mist nein schlag mich nicht ooooh Flucht Hilfe Mami die haben mich gehauen 1549 wir müssen um die nächste Stadt kommen wo sind wir da sind wir die Straße hoch und dann rechts naja wir haben schon mal eine Couch dabei ein Bett haben wir dabei die Nacht kann kommen wir haben genügend Holz dabei das könnte schon mal was werden oh eine 65 so schnell werden wir nicht rennen überall Blut auf dem Boden bitte hallo nicht gut jetzt ist das Rennen vorbei da wird der Wald ein bisschen grüner da vorne steht ein Auto oh da sind sie die sieht man manchmal gar nicht sind genauso verwest wie so ein alter Baum ein paar Luftfilter und Radkappen das ist das was Männerherzen brauchen in der Apokalypse ähm wie weit sind wir äh ja da vorne irgendwo rechts oh ein Hirsch hau ab diese Böse flüchte du arme Hirsch was ist ja mal nun oh die Geräusche sind wirklich äh und vor allem auch teilweise so laut du denkst das Vieh steht direkt hinter äh steht nicht hinter dir auch neben dir und das geht es äh gibt es hier dann irgendwo muss unbedingt ein Haus finden da ist ein Haus oh ist ja schrecklich Spillway Lake da vorne gibt es ein erstes Haus und da wollen die Zombies schon rein dann sollen die das nehmen da vorne gibt es noch ein Haus dann gehen wir nochmal an das Auto und dann gucken wir ob wir da reinkommen ich glaube ich glaube ich habe eine Strohflinte in your face in your face oh ist das Schrein oh oh Krankenschwester hallo wollen sie mich verarzten zum 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 poam hat die mich gehauen search reanimated what schade dass er da nicht anzeigt das war verschwendete moon geh weg du hast zahnprobleme ich helfe dir sind überall löcher drin aber bevor es hier nacht wird wir haben ja schon halb sieben dann werde ich mir hier so jetzt schauen wir erst mal dass wir die Hütte hier dicht kriegen so ähm Barbar Sleeping Scrap Metal Iron I got Luck Cabin what Old Wood Scrap Metal so da kann man nämlich Kistchen herstellen muss man dieses Inventar das noch mal anders belegen dann machen wir nämlich erst mal zu und zack schon haben wir das hier dicht dann machen wir hinten noch zu so dann sollten wir die Fenster vielleicht rausschlagen und dann machen wir dafür auch Holz rein so sehr schön jetzt fehlt uns zwar gleich das Licht das ist mir aber egal das wird die zwar nicht lange abhalten und außerdem wird es hier dunkel können wir schon irgendwie eine Fackel herstellen Iron God Scrap Metal Sleeping Trunk Burnt Tip what the fuck Burnt Tip Scrap keeping back Baba hmm hmm Scrap Metal was ist das was ist denn das ah das ist ah ja 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 das ist äh ich würde sagen Brennspitze Reinforced Oh Wood Iron God hmm man kann doch irgendwie Stäbe herstellen Sticks hmm ich meine das geht irgendwie Platten old Plywood hmm 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 ja mit dem crafting, wie war das das haben wir mittlerweile schon kann man das hier vielleicht irgendwie tränken wie stellt man eine fackel her da muss ich mich dann auf jeden fall noch mal ein bisschen mit beschäftigen old plywood stick da haben wir es doch mit nö mit holz den jawohl mit den platten alles klar da haben wir sticks jetzt können wir doch bestimmt fackeln herstellen oder sleeping back campfire tortsch da ist es doch ich denk mal ein stick hier rein und dann von den dingern oder benzin das ist nicht gut ich flüchte ähm ähm jetzt habe ich aber angst das sind was sinn des wortes leck mich am arsch ich hoffe dass ich dachte ich überlebe uah ist das dunkel da hin noch ich hätte ja lieber eine fackel gehabt ehrlich gesagt mami ich werde mich hier in die ecke ich weiß dass man irgendwie oder es hat mir ein habe ich im anderen netz bei gesehen eine sleeping bag ein schlafsack ne wie war denn das der hatte hat der papieren gelegt ne close fragments doch das waren die genau ich dachte es wäre papier so und mit diesem schlafsack spawnt man angeblich wieder wenn man stirbt ich hoffe mal ich Hilfe Oh das ist ein fenster ich baue auch hier mal zu sicherheitshalber das werden wir auf jeden fall auch ausbauen hier da geht nichts in die ecke ich buddel mich jetzt hier ein in alter minecraft manier boah ich sterbe am herzkasperr hier das gekreise leck mich am arsch so wie ihr seht seht ihr nichts da unten das letzte licht so jetzt können wir uns nochmal probieren in einem fackel herstellen torch ich hatte doch von da benzin nein wo habe ich denn die trunk burning tips das ist auch nicht die torch kam erst dazu nachdem ich die sticks gemacht hatte ah moment stick und lappen oder jawoll ach sehr schön jetzt können wir ein bisschen licht machen hoffentlich brennt uns jetzt nicht die hütte ab bei dich haben wir genügend feuer gelegt so na es geht wie minecraft gut na komm in die ecken will er nicht ich muss zum umgekehrt eine axt herstellen dann geht das wahrscheinlich schneller wie viel haben wir denn ein uhr so irgendwo hier draußen sind die auch ich mache gerade ein bisschen das bett mir mal natürlich auch noch mit da wie sieht es aus oh wir müssen irgendwie was trinken und was essen candy tin can can food okay essen machen wir mal hinten drauf bottled water und und noch ein bisschen und schön in der dose abgebissen haben wir noch mehr zu essen what chili dann können wir wahrscheinlich da noch saufen wie die kann ich nicht essen chili kann ich essen ich trinke nochmal wasser nach gerade nach der chili ist das ja gar nicht so schlecht und miso aha auch die dose wird im ganzen gefressen das liegt zwar schwer im magen oh junge 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 ihr macht mir spaß da draußen so kann man hier irgendwie scrap metal wall torch und plywood kann ich irgendwie eine axt herstellen nicht wirklich scrap metal wall das ist nur eine platte locker cabin wood ach so das sind die ganz klar old wood ach lock cabin wood wahrscheinlich eine tür oder nee mit dem hier ach so da gibt es Unterschiede old wood lock cabin wood vielleicht ein bisschen stabiler oder sowas iron ingot das wird bestimmt ah ein eisenbarm und haben wir jetzt irgendwas torch forging metal jetzt haben wir forging metal und jetzt short metal pipe eine metallröhre junge 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 scraps by club oh ja das ist gut das habe ich schon gesehen das ist nämlich eine keule da weiß ich auch noch ungefähr wie das geht jetzt nämlich so wir haben eine waffe nochmal direkt mal neben den irgendwie stark gemacht hier mit dem licht dass man auch was sieht im dunkeln und hat was ja hier genau kann man mich eine keule mit ein paar nägeln durch können wir den schädel einschlagen den fiesen viechern oh junge 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 das gibt wir haben drei uhr wie es so aussieht werden wir die nacht hier überleben das bett nehmen wir noch mit die stühle kann man auf jeden fall auch mitnehmen und dann irgendwo hinsetzen also es ist gut aus wir werden die nacht überleben da hat man schon alles rausgenommen hier in so einem kleinen versteck die zombies kreischen weiter ich habe angst ja ich muss mich noch ein bisschen mit dem crafting da beschäftigen aber ich glaube so kann man schon mal eine nacht überleben und was so weiter passiert werden wir dann im nächsten teil sehen das soll erstmal so ein ersteinindruck gewesen sein wenn euch das gefallen hat und wenn ihr davon mehr sehen wollt dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen ich finde es auf jeden fall jetzt schon geil ich habe mir ins Höschen gemacht deswegen muss ich jetzt auch mal eine Aufnahmepause machen auf Toilette gehen vielen dank für die Aufmerksamkeit wir sehen uns im nächsten teil von 7 days to die macht es gut tschüss die zombies Hilfe wiederhäum wiederhäum Untertitelung des ZDF, 2020